Hallo und herzlich willkommen zu TVEDU. Mein Name ist Samantha und wir behandeln alle Themen rund um das Studium. Heute haben wir wieder folgende Beiträge für euch. Ein Erfahrungsbericht über den Bachelorstudiengang Asian Business Studies an der Avance University of Applied Sciences, einen Bericht über den Masterstudiengang Marketing & Brand Management an der NHH Norwegian School of Economics und abschließend ein Infofilm über den Bachelorstudiengang Mathematical Engineering Information Technology an der in Holland University of Applied Sciences. Du interessierst dich für die asiatische Kultur? Dann ist der Studiengang Asian Business Studies an der Avance University of Applied Sciences ja vielleicht genau das Richtige für dich. Viel Spaß dabei! Hallo, ich bin der Erik und ich studiere Asian Business Studies an der Avance Hoge School in Breda. Das ist ein sehr praxisorientierter Studiengang, in dem man darauf vorbereitet wird, ein internationales Unternehmen in der Manager-Ebene zu leiten und dafür hat man verschiedene Fächer wie zum Beispiel Marketing, Finance und International Business. Also man kriegt in den vier Jahren Bachelorprogramm so einen groben Überblick über den Beruf des Managers und im Masterstudiengang, im Masterprogramm kann man sich dann in eine spezielle Richtung spezialisieren. Ich habe mich für die Avance entschieden, weil sie zum einen die einzige Fachhochschule in Holland ist, die diesen speziellen Studiengang, der auf Asien spezialisiert ist, anbietet und zum anderen hat mir die Avance als solche sehr gut gefallen. Zum einen die internationale Atmosphäre und zum anderen das Verhältnis zu den Dozenten. Ja, die Dozenten, die sind alle eigentlich sehr nette Menschen und das ist auch nicht so, dass das so typische Lehrer sind, sondern das sind alles Menschen, die einen praktischen Background haben. Also alles Menschen, die früher mal ihr eigenes Business hatten und dadurch halt ganz andere praktische Erfahrungen haben. Im folgenden Bericht erhaltet ihr einen kleinen Überblick über den Masterstudiengang Marketing & Brand Management an der NHH Norwegian School of Economics. Film ab! Wir haben sehr skilte Studierende. Wir haben die sehr besten norwegische Studierende. Über 50% unserer Studierenden kommen aus Norwegen und die resten sind sehr hochqualifizierte internationalen Studierenden. Ich mag das Curriculum. Ich habe es vorher schon gesehen. Die Kursen sind sehr interessant und es gab viele verschiedene Kursen zu wählen. Die Professoren der NHH haben eine sehr starken Theoretical Background. Sie sind alle Wissenschaftler. Sie haben auch praktische Erfahrungen. Sie sind auch bereitwillig zu helfen und erklären zu Ihnen, was Sie nicht in der Klasse bekommen. Sie können sie in der Klasse besuchen. Sie sind sehr reachable. Wir haben sehr nahe Zusammenhänge mit Norwegen und internationalen Unternehmen. So, die Unternehmen kommen zu uns und presenten Cases zu lernen von. Sie auch presenten die currenten Herausforderungen, die sie in der Unternehmen haben. Und die Studierenden sind bereitstellt. Ich war sehr beeindruckend. Ich glaube, die Qualität der Analyse ist besonders gut. Ich glaube, es war interessant zu sehen, wie sie die Methoden und Models aus den Akademischen Bereich in den Praktikalen. Student Life ist die beste hier. Sie werden niemals vergleichen, wenn Sie kommen und Sie sehen. Student Life, durch den NHHS, der Student Union, ist die meisten internationalen Studierenden mit den Norwegen. Wir haben verschiedene Konzerte, Konferenzen, Events. Wir haben Kompany-Presentationen. Wir haben so viele Dinge, die Sie ein Teil sein können. Ich wünsche, dass ich hier immer ein Student sein könnte, weil das Student-Environment ist die beste und größte hier. Sie werden es niemals vergleichen. Abschließend gibt es noch einen Erfahrungsbericht über den Bachelorstudiengang Mathematical Engineering Information Technology an der Inholland University of Applied Sciences. Die IT-Programm in Holland, wir machen Software Engineering, Networking, Database Management, Mathematik und Modellung und Web-Based Applications, das sind fünf wichtige Bereiche, die wir aktiv sind. Ich denke, das IT-Programm ist ein hands-on-Programm. Das bedeutet, hier in der Computer-Networking-Lab, die größte über die Computer-Networking-Theorie die Studenten lernen, in ihrer eigenen Basis, nach Hause. Sie werden online materiale, die ihnen demonstriert was, was die ins und outs der Computer-Networking-Theorie sind. Und hier in der Lab, sie werden dies verwendet. Die Studenten, die diese Ausbildung haben, haben eine gute Hands-On-Mentality auf Computer-Networking-Theorie. Sie werden wirklich wissen, wie die Arbeit zu machen. Die Key-Word unserer Programme ist Problem-Solving. Die Studenten, in der Endeffektiv, werden die Bachelor of Engineering getrennt, das bedeutet, in der Natur, dass sie sich in die Ausbildung zu lernen, wie zu lösen Probleme. Was ich besonders gefällt in Holland in Holland, ist, dass ich die Projektarbeit machen kann. Wir arbeiten in Gruppen von zwei bis fünf Studenten. Das ist wichtig, dass unsere Studie praktisch orientiert ist. Wir arbeiten auf realen Projekte, und die typen Sie finden heute in der Unternehmen. Die Curricula ist sehr geändert. Ich glaube, das ist ein großer Plus für die Universität und für das Programm. Die meisten anderen Universitäten, insbesondere außerhalb der Niederlande. So, das war's dann auch wieder von uns. Falls ihr weitere Infos wünscht, könnt ihr uns natürlich auch genau bei YouTube abonnieren. Wir wünschen euch frohe Weihnachten! Da ist ja ein Nikolaus! Wir wünschen euch natürlich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Herr Freunde! Michaelừewoo! G % Untertitelung desativo – K. G % Gn